Grüß euch, ich bin der Peter vom Atelier Mörth und heute versuche ich euch zu erklären, dass Titarn nicht gleich Titarn ist. Also, es gibt ungefähr 20 Titarnlegierungen oder Titarnsorten am Markt, die angeboten werden, wobei ein paar reines Titarn ist und ein paar sind eben legiert. Legieren die Leute deswegen das Titarn, damit es zum Beispiel verformbarer wird, damit man Gewinde walzen kann, damit man ein Rohr draus machen kann. Die Hauptlegierung, die wir verwenden, das ist eine sogenannte Grad-5-Legierung und das ist nichts anderes, als dass 90 Teile Titarn sind, 6 Teile Aluminium und 4 Teile Vanadium. Das Ganze gibt eine relativ, also eine richtig harte Legierung, gibt eine leichtere Legierung, weil sozusagen das Aluminium mit der Dichte 2,7 im Vergleich zum Titan 4,5 oder 4,51 oder was das hat. Es wird insgesamt ein bisschen leichter, das Material, aber gleichzeitig viel härter, das heißt, es schwingt viel besser. Und dann muss man noch darauf hinweisen, dass sich da Leute mit dieser Titan-Innovation Anhängern probieren, indem sie einfach Seiten, sage ich einmal, als eine Vision von Titan bezeichnen. Ich habe sogar schon auf einer Plastik-Haarbirsten, das war Titan oben gelesen, da muss ich, das verstehe ich sowieso nicht mehr, gut, sie war grau. Dann gibt es eben Aluminium-Legierungen, die dann einen Handelsnamen haben von Titanal, wobei das auch ein kornfeinendes Element drinnen ist und auf das Aluminium selber überhaupt keinen Einfluss mehr in Wirklichkeit nehmen. Also man darf sich nicht verorschen lassen, indem man sozusagen, nur wenn man wo Titan hört, glaubt, dass das auch schon Titan ist. Da haben wir sozusagen von Kollegen aus Fernost, haben wir so Feinstimmen und so Sachen zur Länge angefangen, die verwenden sowieso alles Mögliche an Titan-Legierungen, bauen das dann zusammen, verkleben Sachen. Also so eine Klump habe ich überhaupt noch nie gesehen, von den Gewindetoleranzen, dass sowas funktioniert hat, von denen brauche ich gar nicht rein anfangen. Aber vielleicht machen wir uns den Spaß und machen da auch noch ein genaueres Video zu sozusagen Mitbewerbsprodukten. In Wirklichkeit ist es so, dass diese Titansorten oder Legierungen, die am Markt sind, für bestimmte Zwecke entwickelt wurden. Eben zum Beispiel Raumfahrt, Rennsportindustrie, Implantatstechnologie und, und, und. Wir selber sind in der glücklichen Lage, dass wir auch einen Ofen haben, wo wir selber Legierungen herstellen können und beschäftigen uns immer wieder damit, weil genau diese Richtung, dass was noch leichter wird, noch härter wird, noch ein niedrigeres E-Modul hat und damit noch schwingungsfähiger ist, natürlich genau das zu ist für eine Eigenschaft von einem Material, die aber genau nur wir brauchen können, aber jetzt Industrien oder Raumfahrt oder sonst irgendwas halt nicht. Und wenn wir da Ergebnisse haben, gibt es auch wieder Videos. Allerdings erst nach der Patentanmeldung. Bei diesen Titanlegierungen, also ich sage jetzt, wo Aluminium und Vanadium dabei ist, die haben natürlich dann von der Bearbeitbarkeit her, sprich von der Zerspannung, andere Anforderungen. Das heißt, es gibt Sachen, die kann man mit dem Material nicht machen und es gibt Sachen, die kann man mit dem Material unter bestimmten Voraussetzungen schon machen. Das ist auch der Grund, warum die Produkte einen gewissen Preis haben, weil sie in der Verarbeitung einfach viel, viel schwieriger sind, wie halt andere Materialien, wie ein Stahlblech oder wie ein Messing oder sonst irgendwas. Es macht aber trotzdem einen Sinn, weil das Ergebnis letztendlich zählt. Und wenn man heute, sage ich mal ganz einfach, eine gewisse Investition in eine gute Montage gibt, dann ist das halt so, dass das Produkt ewig hält. Das kann nicht einmal kaputt werden. Und damit ist es für das, was wirklich eine Klangverbesserung bringt, in Wirklichkeit sehr, sehr preiswert. Die meisten von den Bestandteilen kann man theoretisch sogar, wenn man dann eine andere Geigen spielt, auch auf die andere Geigen übernehmen, problemlos. Also man kauft das einmal und hat eine Ruhe damit. Es gibt jetzt nicht die Fälle, dass das dann irgendwie kaputt wird, weil die Leute kennen das natürlich von Feinstimmen, dass die Schrauben sich dann nicht mehr tragen, dass sie die Verbirgen auffangen, dass der Lack abblättert. Das gibt es da natürlich alles nicht. Und es ist natürlich dann die Kombination zwischen einem sehr hochwertigen Buchsbaum, einem sehr hochwertigen Ebenholz, mit dem sind die dann Bestandteile, die wirklich diesen satten, aber sehr tragfähigen und modulationsfähigen und obertonreichen, gute Klangfarbe beinhaltenden italienischen Ton produzieren. Was man dann bei den Instrumente, wenn man spielt, so viel zählt und hört und gespürt. Alles dann, das war es wieder mit dem heutigen Video. Ich freue mich viel, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, eine Kommentare zu hinterlassen, macht es das. Es geht irgendwo da unten. Das mit der Glocke, mit Button, mit Liken und was weiß ich, tut es, was wollt ihr. Ich verstehe davon eh nichts. Und ich freue mich auf, ob wir uns das nächste Mal wiedersehen. Fürat euch. Passt. Ja, und ich muss natürlich dazu sagen, ich bin nicht hauptberuflich irgendwie Schauspieler. Also ich muss mich an ein paar Sachen auch erst gewöhnen, die da so sind. Ein Geheimnis, das es da in der Werkstatt wirklich gibt, kann ich heute schon lüften. Ich werde drauf kommen, dass mein Board einmal ein bisschen länger und einmal ein bisschen kürzer ist. Das liegt daran, einfach weil ich vier Stunden in der Maske gesessen bin. Bist du im Auto oder hast du einschlagen? Nein, nein, geht schon noch. Der, der mich da gewöhnt, ist mein Buur. Gut, das ist ein Beitrag jetzt für Lockerbatzl. Aber der trinkt jetzt auch noch einen Schluck, weil es nicht angeregt ist. Ich muss noch warten, bis der Buur hinten ausgetrunken hat, weil der raschelt da herum. Ich bin schon froh, dass er keine Chips isst.